Gerhard und Maria sind schockiert. Letzte Nacht wurde bei ihren Nachbarn eingebrochen. Die Täter hatten leichtes Spiel und konnten in kürzester Zeit unbemerkt die Wohnungstüre aufbrechen. Gerhard und Maria haben sich über Einbruchschutz noch nie ernsthaft Gedanken gemacht, denn ihre ruhig gelegene Siedlung galt bisher als sehr sicher. Außerdem liegt ihre Wohnung im zweiten Stock. Zum ersten Mal, seit die Kinder aus dem Haus sind, hat das ältere Ehepaar Angst. Darum beschließen die beiden, sich sofort um die Sicherheit ihres Eigenheims zu kümmern. Zu ihrem Glück gibt es Lindner Sicherheitstechnik. Der Traditionsbetrieb der Familie Lindner existiert bereits seit bald 100 Jahren und bietet mit 21 Mitarbeitern einen Rundum-Service zum Thema Sicherheit. Die Firma Lindner führt unter anderem geprüfte VSE-Hochsicherheitstüren, die strenge Auflagen zur Einbruchhemmung erfüllen. Ein netter Mitarbeiter kommt zu Gerhard und Maria nach Hause und demonstriert anschaulich, wie stabil diese Sicherheitstüre ist. Termingerecht wird ihre Türe durch eine Hochsicherheitstüre ersetzt. Die Montage dauert nur einen Tag und danach sieht alles aus wie neu. Sogar der Schmutz wird von den Mitarbeitern entsorgt. Gerhard und Maria sind glücklich. An ihrer neuen Lindner Hochsicherheitstüre beißt sich jeder Einbrecher die Zähne aus. Firma Lindner – Ihr Profi für Alarmanlagen und Sicherheitstechnik in Tirol. Schützen Sie Ihr Eigentum und rufen Sie noch heute an.